Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu einer Sondersende vom Lightning Soul, der heute vom Blitz getroffen wurde, als er gelesen hat, dass der Titan-Nahkampf O-Ton 4 Meter Reichweite haben soll. Und das Ganze ist im Zusammenhang mit Solarhammer, Nerf und so weiter, wird wohl der Titan-Nahkampf, was ich ja auch gesagt habe, der ist ein Ultra-Witz, wird wohl verbessert. Auf 4,50 Meter Reichweite. Wir gehen jetzt in der alten Version in Rumble rein, ich habe Kati und die Nachteule dabei und schauen mal, ob das jemals 4 Meter sind. Ich kann das, also tut mir leid, für mich sind das 50, vielleicht 60 Zentimeter höchstens. Ich kann das nicht verstehen, wie das 4 Meter sein kann. Entweder ich spiele ein anderes Spiel oder ich, keine Ahnung. Also 4 Meter beim besten Willen nicht, das ist zweimal meine Körperlänge, nie im Leben haut der Titan soweit. 100 Jahre nicht. Schauen wir uns jetzt an bei Rumble. Geh, Kati, Geh, Nachteule. Was seid ihr eigentlich? Warlock mit 120 Meter Nahkampf? Ja. Juck. Ja, beide Warlocks, ja okay. Die haben mich kaputt, ich brauche euch überhaupt mal ansatzweise in der Neewende. 4 Meter! Wie habt ihr das mitbekommen? 4 Meter soll der Titan-Nahkampf jetzt schon sein. 4 Meter Reichweite. Das habe ich doch nicht gelesen, aber... Das stand auf meiner Memo. 4 Meter und die wollen es erhöhen um 12,5 Prozent und das sind dann 4,50 Meter. Aber wie war das mit T-Rex-Armen? Ja, ja, die Arme, für mich sind es 50 Zentimeter die Reichweite, so lange wie der Arm halt ist. So weit kannst du schlagen, alles andere triffst du nicht. 4 Meter, nie im Leben, 100.000 Jahre nicht. Wie messen wir denn jetzt da 4 Meter ab? Hä, zweimal die Körperlänge meines Titans ungefähr, der ist auch ungefähr 2 Meter groß, wenn ich das mal so abschätzen würde. Ja, klar, als wäre dein Titan 2 Meter groß. Hä, klar, das ist ein männlicher Titan, der muss 2 Meter sein. Okay, wir treffen uns links und rechts in diesen kleinen Gängen. Die Nachtdeule deckt uns und ich schlag die Kati, so wie ich es immer gerne mache. Die Rebelle ist schon mal Zeuge. Äh, müssen wir halt gucken, wo wir spawnen, ich weiß ja auch noch nicht. Entweder links oder rechts in diesen Gängen hinten unten. Wenn einer kommt, dann klatsch mal hin kurz. Ich will jetzt sehen, dass das 4 Meter sind. Ja, ich bin hier, warte mal, bist du das? Nee, ich kill den erst mal. Ich bin hier bei C. Ja, da, das bin ich, ja. Komm mal du lieber her. Bei C? Okay, ja, top, passt mir. Ja. Ich bin Stürmer. Ab, geht die Post. Ich muss mal Nahkampf aufheben. Ich hab die Schilder angehört. Hä, hä? Was? Deck mich mal, ich komm mal, ich bin in das hier. Ja. No, fuck, ja. Ach, das bist du. Jetzt ist die Cardi gestorben, jetzt ist die Cardi wieder herholen. Aber warte mal, ich schlag einfach mal in die Nacht, Alter. So, 4 Meter. Also ich würde sagen, von der einen Wand bis zur nächsten sind es ungefähr 5 Meter. Wenn ich jetzt 1 Meter nach vorne gehe und jetzt schlag ich dich. Das sind locker maximal 4 Meter. Jetzt geb ich mal näher ran. Das sind 3 Meter jetzt ungefähr. Der Kälte, ich meine. Das ist doch keine 4 Meter. Hör mal auf. Wo hat denn der Titan-Arkampf 4 Meter? Das müsste zweimal die Körperlänge sein. Das heißt, wenn ich zweimal den Titan hintereinander auf den Boden lege, ist so weit, muss ich schlagen können. Nie im Leben sind das 4 Meter. Vielleicht mit Schulterangriff. Ja, okay. Wenn ich Schulterangriff hab und komm genau dann, kann ich die 4 Meter noch nach vorne rutschen. Der killt mich nicht mit Shotgun. Dann hab ich 4 Meter. Nie im Leben. Ich hab eben gedacht, ich träume, wo da 4 Meter stand. Ich hab echt gedacht, ich träume das. Warum konnten wir nicht irgendeine andere Leute bekommen? Was? Ich hab doch auf den Werf nie irgendeinen. Ach, die Celeste ist noch explodiert. Ja, ist ja wurscht. Wir haben es ja schon getestet eigentlich, aber ich will es nochmal sehen. Wenn ihr nochmal da zu C kommen könntet oder wenn wir auf die andere Seite... Ich bin hier. Bist du da? Ja, wie gesagt. Ich bin auch bei C. Ah, bei C, okay. Ah, Kati, komm mit. Komm mit. Wir sind in falschen Richtung. Nachtrolle deckt uns jetzt. Wir gehen ganz hinten in den Tunnel rein. Wir kommen jetzt, Nachtrolle. Da kommt aber noch einer von oben. Ja, okay. Kati. So, jetzt stell dich mal an die Wand. Ganz hinten an die Wand. Stell dich mal gegenüber hin. Ganz hinten. Das sind ungefähr 5 Meter, hab ich eben gesagt. Also da treffe ich auf keinen Fall was. Na, ich hab das aufgeladen. Das sind jetzt ungefähr 4 Meter. Das würde ich jetzt 4 Meter betiteln. Warte mal. Wir können ja tanzen. Oder, ja, wenn ich mich jetzt hinlege, dann bin ich ja schon fast bei dir. Das sind sogar unter 4 Meter schon. Wenn ich jetzt meinen Titan quer auf den Boden lege und dann das nochmal mache, bin ich schon. Naja, du kannst ja die Bank da mal als Maß nehmen. Naja, da weißt du ja nicht, wie lange die Bank ist. Ich weiß ja ungefähr, wie lange ein Titan sein muss. Der ist ungefähr 2,10 Meter maximal. Das heißt, wenn ich ihn jetzt zweimal hinlege, das müssen maximal 4 Meter sein. So, das geht immer noch nicht. Jetzt bin ich auf 3 Meter dran. Eher schon so 2,50 Meter. Geht immer noch nicht. 2 Meter. 2 Meter, das ist okay. Da zieht er sich ran. Sorry, jetzt hab ich dich gekillt. Das war keine Absicht. 2 Meter ist der Titan, Alter. 4 Meter in 100.000 Jahren nicht. Nie im Leben. Keine Ahnung, was die dann für Werte da genommen haben. Ob die es falsch umgerechnet haben. Von Dingsbums nach Dingsbums. Oder von Dingsbla nach Blub. Aber ist es nicht. Oh, sorry. Ja, hab ich nicht gesehen. Ich hab dich nicht gesehen, dass du es bist. Kann man nicht auch schlecht wissen. Ich hab nur kurz gesehen, dass einer durchbleiben ist. Ja, also 2 Meter maximal. Sollen wir mal den Warlock nachkampf? Äh, Nachthäule, schlag mal auf mich. Aber komm mal hier hinten in den Gang. Warte mal, da kommt einer. Ah ja. Okay, kommt mal hier rein. Und jetzt machen wir das selber nochmal mit Warlock. Bleib mal im Türrahmen stehen. Einer. Und der andere am besten nicht so, dass er getroffen wird. Schlag mal. Schlag mal. Warte mal, da kommt einer. Okay, schlag nochmal. Ja. Ist deutlich weiter. Ja. Wir brennen auch noch. Ich bin schon fast tot von einem Nagkampf. Hör mal auf. Ja, jetzt kommt eine Granale, jetzt bin ich tot. Zopf. Du brennst halt in eine Woche oder so. Ey, hör mal auf. Titan Nagkampf, 4 Meter. Ich hab echt gesagt, das kann nicht sein. Das ist nicht euer Ernst. Entweder meine Euro hat einen Fehler reingebracht, oder das ist generell von Bungie. Die können in einem geilen Augenmaß. Ich weiß es nicht, was da los ist. 4 Meter in dem Leben. Ja, und der Solarhammer wird genervt. Mit, äh, äh, hier, die Hämmer fliegen langsamer, die, äh, die Zielhilfe funktioniert noch weniger. Was langsamer? Ja, die fliegen noch 10% langsamer oder so. Die Zielhilfe funktioniert noch 25% weniger, als sie jetzt schon funktioniert. Nämlich überhaupt nicht. Noch 25% weniger. Wo ist denn der Mercsip-Fight eigentlich? Hab ich noch nicht einmal gesehen. Äh, der kann nicht ständig. Warum? Ah, sorry. Ich hab halt in dem Moment, wo ich Schulterangriff gedrückt habe, ich hab gesehen, dass du es bist. Nein, ist aber egal. Ich sehe halt hier auch nie jemanden. Ah, jetzt hab ich den Mercsip-Fight mal gefunden. Jetzt hab ich auch mal hinter mir gespawnt. Interessant. Ah, das bist du. Okay, lass dich. Ist noch einer, oder was? Nein. Da oben. Über dir. Über mir. Was? Wo ist? Ah, das bist du. Das bist du. Ha, ha, ha. Ja, jetzt killt sie mich auch noch. Ich lass dich extra. Ja. Das ist wieder so türkig. Ja, und dann wird sie von dem nächsten, letzten Sniper, der nicht mal gut ist, wird sie gekillt, weil sie mich halt getötet hat, statt sich von mir decken zu lassen. Äh. Einmal will ich halt auch mal ab. Einmal willst du auch mal mich töten, mit deinem unfairen Nahkampf, der eigentlich ein Fernkampf ist. Er hat schwirren, aber ungeklüßt mich auf die Gnade. Boah, die killt mich. Oh, fuck. Ich bin meine Kanate besser gezielt, wie ich schaffst. Oh. Hallo. Du kleines Arschloch. Schugel. Was? Was? Ich hab den nicht gehofft, mein Handy. Oh, fuck. Oh, oh. Ach, da, schon wieder. Ey, ja klar. Ich schieß vier Raketen schon vorher und er tackert mich noch mit der Gnade. Ich hab vier Wahrheit-Raketen ohne einen Kill. Oh, da war so ein Gnade. Da hat einer einen Hammer. Pff, wo denn? Na, da in der Drecke. Ist das schon wieder du? Eigentlich schon mal ganz, aber wir spielen jetzt sowieso, ohne drauf zu achten. Hey. Wo ist denn der Hammer? Ich seh keinen. Ja, der ist wahrscheinlich jetzt auch wieder weg. Schnauze voll. Mein Gott, ey. Mr. Super heißt er und macht Super auf mich. Nee, der ist kein... Nein! 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 Hat er jetzt gewonnen, oder was? Das ist so schlecht. Nur weil wir in der halbe Stunde da irgendwie in den Witz genommen sind. Ja, teigermachen. Vier Meter. Ich hab gerade schon wieder an einem vorbeigehauen, der genau neben ist. Dann hab ich Chaos-Haus dann gezogen, dass so lächerlich war. Ja, wir haben aber noch eins. War lustig. Ah. Komm, wir gehen zu dritt nur mit Nahkampf vor. So, wir stellen uns zu dritt irgendwo hin und hauen sich nur mit Nahkampf. Oh nein, ich mag keinen Nahkampf. Ich mag keinen Nahkampf, weil es bei dir ein Fernkampf ist, gell? Da bist du ja auch zu schade für, das einzusetzen. Das kann ich natürlich vollkommen nah verziehen. Komm. Komm. Vielen Dank.